Was ist die Zukunft der Europaregion Tirol? Für mich hat Europa absolut eine Zukunft. Und ich schätze sehr, dass wir in Europa der Regionen eng zusammenarbeiten können, insbesondere die Europaregion Tirol, wo wir uns verständigen, dass in den verschiedenen Bereichen wir Kooperationen schließen, wo wir die Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Bereich zwischen den Universitäten forcieren, wo wir andererseits die Verkehrsfrage, die für uns eine riesen Bedeutung hat, dass wir hier eng zusammenarbeiten, auch mit dem Brenner Basistunden, der zu 40 Prozent von der Europäischen Union finanziert wird, und auch bis hin zu Flüchtlingsfragen, das jetzt auch eine große Herausforderung für Europa ist, da stimmen wir uns eng ab in der Europaregion Tirol. Wir dürfen nicht die Grenzen sehnen, sondern wir müssen die Gemeinsamkeit sehnen. Und deshalb hat für mich dieses Projekt eine absolute Zukunft. Die Voraussetzung ist aber auch, dass Europa gelebt wird, und dass nicht nur bei Sonntagsthemen, sondern letztendlich auch tagtäglich den Menschen Europa näher gebracht wird. Die Voraussetzung ist aber auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Und das ist auch, dass wir hier in der Europäischen Union haben. Bis zum nächsten Mal.